Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde. Dem Mars ist klar. Ich habe da eine Idee. Ich bin all around the globe trying to protect your soul. Wir sind die Heroes heute Nacht. Wir werden über den Himmel fliegen. Wir sind die Heroes heute Nacht. Wir sind die Heroes heute Nacht. Wir werden über den Himmel fliegen. Wir sind die Heroes heute Nacht. Sollte das jetzt auch der Riegel sein? ich krieg mal nen Poop. Super Poop, weil für mich ist nix. Ah ja, wir spielen übrigens mal Hypixel. Ja. Man sieht doch, äh... Ja, das ist mal Poop. Ja, kriegt auch nen Poop. Ist zwar hier die Raumstation, aber... Ja, aber das ist kein... Obwohl, der hat das Ganze hier genutzt, ne? Ja, ich hab auch das Ganze genutzt. Poop. Das ist sogar Super Poop. Also hier bauen die Leute auf jeden Fall irgendwie nicht so cool, find ich. Bis jetzt. Aber ist auch ein bisschen schwieriges Thema, muss ich sagen. Oh, das ist eigentlich schon mal, das kriegt schon mal von mir auf jeden Fall nicht ein. Okay. Ja, mir stehen nur hier die... Hier, äh, was liegt? Ach so. Ja, soll ein Mars-Männchen wahrscheinlich darstellen. Ach du Scheiße. Ja, weil du es bist, Christoph gut. Ja, ist der Mars-Ontiessen? Ja, der Typ ist größer wie der Mars, aber... Oh ja, mein Gott, wie kann man nicht kleiner bauen? Ja, mein Schokoriegel der Mars. Ja, total bescheuert. Ich krieg von mir nen... Legendary deiner gemacht. Das ist... Trotzdem, Mars... Ja, da steht nicht drin, dass ich nen Planet machen muss. Da steht drin, dass ich... dass ich Mars machen muss, und das ist auch die Schokolade. Ja, und die Schokolade. Was ist das denn, ey? Ja, was denn? Ist Mars. Das hier meine... Da steht nicht drin, dass ich... äh, 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 was das ist. Da steht einfach nur Mars, und da kann ich auch natürlich die Schokolade machen. Wenn der Sneaker steht, heißt das auch nicht, dass ich nen Schuh machen muss. Ach. Das ist mal ein... Meiser Bleeding. Ah, der hat das M gut gemacht, dieses McDonalds M. Wow. Aha. Das trifft von mir auf jeden Fall ein Okay. Äh. Warum? Da hinten ist ja die Sonne, oder der Mond. Für mich ist das hier so ein Frosch, und was ist das bitte? Ja, das ist doch ein Mars-Mensch, mein Gott. Äh, das ist für mich nicht schön. Das ist auch scheiße. Also, man hätte schon mal Masken... Der Boden ist schon mal gut gesetzt worden, ey. Oh, das war's. Ja, ich denke mal, dass er keine Lust hatte, oder nicht wusste, wie es funktioniert. Ja. Ja, man ist das ein Froschstück. Ja, man, das ist ein Froschstück, ne? Die Nacht. Ja! We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen And I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been on Ach Gott, reken wir uns natürlich nicht Wir haben immer Marmelade und Käse Ja, die müssen immer gelaufen hier, ne? Was? Ja, hier Ist ja genauso hoch wie die Tasse selber ist Ja, ist doch voll die Tasse Wie fett hast du das gemacht? Ja, mein Super Puppi Was soll das werden, ne? Keine Ahnung Warum baut man sowas? Das ist ja noch meins besser, obwohl ich gar nicht so viel habe Was frisst der Stall zum Frühstück, oder was? Ja, das ist für mich zu einfach, krieg von mir Super Puppi Ja, so ähnlich hab's das auch, aber ich hab... Ja, ich find das halt langweilig, wenn man einfach direkt diese Köpfe hinstellt Statt selbst was zu bauen Ja, so als Deko noch dazu, aber nur das find ich langweilig Wow, voll das geile Frühstück, ey, super Puppi Wer isst denn McDonalds zum Frühstück, ey? Bei mir war eh das schwierige, ähm... Ich hab zu klein gebaut und deswegen konnte ich da keine Tasse oder sowas draufstehen auf dem Tisch Also... Ja, ich krieg von mir auch Super Puppi Und ich krieg von mir einfach nur einen Puppi Nein, ich hab die auch nicht Natürlich, das ist langweilig, das ist voll einfach Ja, ist aber gut, aber das ist bei dem anderen Ich find das ist blöd, einfach nur das hinzustellen Wow, was ist das für ein Frühstück, ey? Das ist meisterblöden Wie viel Wasser trinkt der denn, ey? Also, soll wahrscheinlich so sein, dass so ein ganzer Tisch der gedeckt ist, aber was ist das denn bitte? Das ist voll langweilig Was ist denn vor allem, was ist das hier, ein Aschenbischer, oder was sei das? Ah, das sind die bunten Kornflakes, oder was? Was ist das hier, eine orange Banane, oder? Ich krieg von mir mal einen, okay, ich weiß nicht genau, was das sein soll Ich weiß nicht, ist das hier eine orange Banane? Das sollen alle Schüssel wahrscheinlich werden Das ist da Der ist nicht fettig geworden Hä, was ist das zum Frühstück? Keine Ahnung, das ist für mich Puppi Das krieg von mir Super Puppi, was ist das, ein Kuchen, oder was? Bei dem Wert bitte so ein kleines Glas oder Schüssel, was ist das, was das sein soll? Ein Schädelchen halt Ja Super Puppi Mhm Was ist das? Messer und Gabel, was ist das denn? Ein Strohhalm, oder was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll Ach, der Erste, der überhaupt mal einen Teller gemacht hat, das kriegt von mir vielfach schon mal ein Okay Ne Das ist eine Wurst, glaub ich, mit, äh, Ei Und eine Kerze, die Kerze ist witzig Das ist ja auch übertrieben Hä? Ja, sorry, was ist das? Käse? Ich erkenne doch hier den Kaffee Käse ist das wahrscheinlich? Ne, ein Messer, das so mit Marmelade geschmiert ist, was hier auf, äh, Scheibe Brot oder so liegt? Ja, keine Ahnung Boah, Pixel Arches Griffe mir einen Pupp Ich glaub Ich hab das wirklich am besten gemacht bis jetzt Also Aber ich weiß ja nicht, wie die hier bewerten, ich spiel ja die hier nicht Oh, ist auch du Erste gewonnen bist mit dem Scheißteil hier, ey Ich bin Vierte geworden Aha Gute Ja, liebe Leute, wenn's euch gefallen hat Wenn wir mal hier öfters drauf spielen sollen, weil hier gibt's auch ein bisschen andere Begriffe Oh, meine Ohren, ne? Dann, ja, macht's gut, bis dann Tschüss